Ich habe erst letzte Woche wieder 33 Bewerbungsvideos für Bauingenieur und Architekten produziert und beim Drehen festgestellt, wie wichtig es ist, einen guten Anfang und ein gutes Ende vom Video zu haben. Was ist das Problem? Hallo, mein Name ist... Hallo, mein Name ist... Hallo, mein Name ist... oder... Guten Tag, mein Name ist... Also, wie ihr seht, Mund offen, Augen zu, Bewegung von rechts nach links irgendwie... Also, es ist kein ruhiges Bild. Und was wir am Anfang brauchen, ist ein ruhiges Bild. Und das macht man ganz einfach. Man konzentriert sich, guckt in die Kamera, macht die Augen zu, zählt 21, 22, macht dann die Augen auf, Mund zu und dann... Hallo und schönen guten Tag. Und dann kann man sagen, was man möchte oder vom Telepompt ablesen, wie auch immer. Das wäre die Hollywood-Version. Genauso ist das Ende auch wichtig. Typischer Fehler ist immer, zum Beispiel letzter Satz, und laden Sie mich gerne zu einem Bewerbungsgespräch ein. Und dann gucken die gleich weg. Oder machen die Augen zu. Oder machen irgendeine andere Bewegung. Wichtig ist auch hier am Ende ein ruhiges Bild zu haben. Beispiel. Und laden Sie mich gerne zu einem Bewerbungsgespräch ein. Das heißt, ich gucke noch eine oder zwei Sekunden in die Kamera, mache nichts vom Gesicht her, gehe nicht irgendwie nach links, nach rechts, oder gucke zum Filmer nach dem Motto, war es jetzt gut oder nicht, sondern man hält einfach die letzte Bewegung aus, macht den Mund zu und lächelt. Und dann ist es okay. Das war dieser Tipp. Einfach mal ausprobieren für das nächste Video, für das nächste Statement. Und ich hoffe, das hilft.